...ein ordentlich langes Feld kommt. Jetzt im Frühjahr verlieren sie. Ja, aber das tun sie nicht von alleine. Sie sind auf die 100-Pegler angewiesen. Walter Arlitz und Hospitantin Susanne wollen das Feld ordentlich ausgaben. So, alle Menschen, guten Abend, guten Abend, vielen Dank hier. So ist Walter, aber natürlich gibt er seine Feld. Ich komme auf die Lunge, genau. Ich komme hier mal ein wenig, doch. Und das ist auch ein bisschen. Ja, aber nicht gut.